Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mit einem Waffel und mir selber euch erstmal noch kurz meinen Wittling-Statpass zeigen und mit euch Woblock spielen. Ich weiß, eigentlich habe ich eigentlich gekündigt, dass heute kein Wettbewerb kam, aber mir ist halt langmalig, ich will nicht schlafen und so. Und deswegen fangen wir gleich an. Ich muss nur meine Elpis holen und ja, bis gleich. Und sorry, wenn ihr das Rauschen hört. So, meine ersten Kandidaten ist Fee zum Beispiel. Ich bin ja auch noch da. Ja, ja, aber meine Lieblings-Elpis. Also ich bin auch ein von meinen Lieblings-Elpis. So, also hat es mal klebt. Ja. Und die Waffel ist mir einfach mal gefunden, habe ich mal wieder gefunden. Und ja. Tada, die Fee. Hi, die Fee. Eine ruhige, aber auch tolle. Jep. Geh mal weiter hinten. Ja, geh weiter hinten. Als zweites Kandidat. So, das ist nochmal mein, nochmals mein PC-Rausch. Ich habe ihn gerade nämlich an und so. Und ich weiß nicht, wie man das Rauschen wegkriegt. Als zweites. Kommt die liebe Faya. Hi, die Faya. So, sollen wir jetzt das Video starten? Ja, wir starten jetzt gleich das Video. Bis gleich. So, wir sind jetzt in der Dogme. Und ähm, ja. Wir tun jetzt mal einen kleinen Frog. Also, ich habe ihn Froggy genannt, aber Froggy. Wenn I zusammen tun, hat nicht geklappt. Deswegen Froggy. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mir kurz was zum Trinken. Ich weiß, ich könnte vielleicht am PC Videos machen. Gleich am PC. Nur. Also, ich habe schon eine E-Mail hat zwischen erklärt, wie man es macht. Aber ich bin nicht am Computer angemeldet. Und wir wissen die, wie das geht. An diesen. Also, meine Mama weiß es schon. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Deswegen ja auch blöde. Ja. Übrigens habe ich kapiert. Mein Frog. So, mein Frog muss duschen. Ich werde natürlich duschen jetzt. Ja. Ich habe ein neues Aufricht gemacht. Ja. So. Ich hatte jetzt Lust auf mein erstes Outfit. Und ich hole, glaube ich, nochmal was. Ich bin. Mein Stuhl wackelt. Und die Fahrt zu meiner Oma war sehr lang. Aber es hat Spaß gemacht. Also, ja. Also, ich glaube, ich tue jetzt was ganz Gutes. Ich werde nämlich jetzt meine Tiere zeigen. Einmal ist mein Dragon. Meine drei Dino-Nichus. Immer Dinosaurier sind total schwer. Aus meinem Frog. Ein und zwei Ginger Cats. Coco aus dem Koala. Mein zwar Luna aus. Ich finde ich, ich könnte einen verlosen. Aber ich weiß nicht. Ich habe ja immer noch nicht von... Also, ich habe rausgekommen, wie es geht von einer Person. Aber ich finde es nicht in Einstellung. Also, ja. Und zwar aber nicht schwarz. Ich habe gerade einen Kaugummi in meinem Mund. Hier haben wir einen Red Panda. Mein Shiba Inu. Meine zwei Beber. Meine... Mein... Mein... Dann mein Dinosauros. Dann mein Emo. Mein Monkey. Meine vier Ochse. Ochse? Keine Ahnung. Ein Pterodactylos. Ich glaube, es hieß es. Einen davon habe ich. Ein Rabbit. Ein Rabbit. Zwei Rabbits. Zwei Ratten. Dann unsere Katze Eltern. Dann unsere Katze Eltern. Auch in echt. Also, Snow Puma. Ein, ähm... Oh, wie hießen die? Mammut. Dann habe ich hier so eine, ähm, Federmaus. Die habe ich mal so für einen, äh, Fennigfuchs bekommen. Ein Chocolate Labrador. Zwei Ratten. Zwei. Und ich habe mal... Ein und zwei jetzt wieder. Weil... Das nick. Und das gehört von meine Freundin. Und ich mache die ein bisschen... Ausgewachsen manchmal. Also... Ich habe manchmal keine Zeit dafür. Aber sonst ja. Also drei Fennigfüchse. Beziehungsweise zwei. Einmalen Puma. Also normalen Puma. Meine drei Snowcats. Also wenn ihr mich fragt für ein Ride Tier. Also Ride Snowcat. Ich gebe den nicht her. Dann nenne ich das meine einzigste... Mein einzigste Ride Tier. Dann habe ich einen Snowman. Wenn jemand mir das traden will, dann kann er es gar machen. Ähm... Irgendwas traden für den Snowman hält. Ich sage euch gleich mal, was mein... Also mein Dreampad ist. Ähm... Davor tue ich euch noch meine ganzen... Pads zeigen. Ich muss kurz gleich Pads machen. Denn ich muss immer was machen. Bis gleich wieder. Also... Dann kommt hier mal... Der Wolf. Dann habe ich hier noch mein Honey. Ähm... Also ein Buffalo. Also ein Bulle oder sowas. Dann hier habe ich meine Cat. Also Katze. Noch eine Katze. Das war meine erste Katze. Ich habe die... Ich habe die Paula genommen. Ich habe die Paula genommen. Das ist eine andere Katze. Und die nächste Klasse. Es gibt anscheinend ganz, ganz schwarze Pumas. Aber... Sorry. Ich habe außerdem geklegt. Sorry. Aber... Ähm... Nicht das. Aber ich habe den, ähm... Dings... Den, ähm... Schwarzen Pumas gar nicht. Für normale Hunde... 1, 2, 3... 6 Otter. Ich mache dann noch einen Neon-Otter. Ähm... Mit dem. Sorry nochmal. Ähm... Dann habe ich noch einen Tasmanischen... Tasmanischen Tegel. Und... Sorry. Ich muss dauernd immer wieder mal kauen. Dass ihr mich nicht richtig, ähm... Dass ihr das Schmerzen nicht hört. Deswegen, ja. Sorry, wenn ich dauernd, ähm... Sorry, dass ich manchmal, ähm... Schmerzen im Video... Ja. Kannst nicht lassen. Auf jeden Fall sage ich euch jetzt mein... Dreampad. Und mein Dreampad ist Frostfury. Und ich würde ihn sehr gerne selber kaufen. Aber ich darf nicht. Das ist sehr blöd und so. Also... Noch eine Sache. Ihr dürft mich gerne untraden. Sehr gerne. Und... Noch eine Sache. Wer denkt, dass ich, ähm... Aufgeregt bin? Mh-mh. Ich bin... So ein ganz, ganz... Ganz mies... Bisschen aufgeregt. Aber sonst bin ich nicht aufgeregt. Meine Stimme ist halt sehr, sehr hoch und so. Ja. Dann zeige ich euch mal noch mein Haus. So sieht mein Haus aus. Hier eine schöne Küche. Ein Wasserspender. Und... Donuts. Und Pizza. Boden. Donuts. So. Dann habe ich hier was für mein Pad. Ich spare gerade auch... Ähm... Dings auch. Royale Egg. Also Königliches Ei. Und... Ja. Dann kam... Gehen wir ins Badzimmer. So. Ich bin wieder da. Und... Ähm... Ja. Das ist mein Badzimmer. Wie es entspielt. Und... Und wenn man da so guckt. So reinguckt. Dann sieht man gar nicht, dass man gar nicht fällt. Also... So. Sieht man gar nicht, dass man gar nicht fällt. Sieht man gar nicht, dass man ähm... Dann sieht es aus, als ob man von der Badz fällt. Aber es ist nur Spiegel. Deswegen ja. Ich habe gerade mein erstes Outfit an. Hier kann man dann rausflüssen. Aber ich flüße nicht. Dann... Dann verliere ich meinen Nick. Ich weiß, man kann ihn dann wieder zu sich holen. Aber... Hier habe ich meinen Pool. Mit Esszimmer. Und... Ähm... Das ist das erste Mal. Und... Warte mal... Warte mal... Ich mache es... Warte mal. Warte mal. Ich mache es... Da ist mal nichts. So... So... Dann gehen wir doch nochmal... Hier raus. Und... Hier... Ja. Perfect. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. So... Jetzt sind wir oben. Und hier habe ich mal... Hier habe ich mal... Einmal... Den Spicken. G. Ähm... Ein... Ein... Hüpfburg. Klavier. Einmal ein Schokobrunnen. Und ein Erdbeerbrunnen. Hier weiß man nicht, was ich hin tun kann. Dann gehen wir hier oben. Dann gehen wir hier oben. Nach oben. Dann ist hier so... Nebel und so. Und dann wird einfach Disco gefeiert. So... Jetzt gehen wir noch nach oben. Äh... Ja. Und hier scheint ein bisschen... Das rein zu kommen. Ist aber egal. Dann habe ich noch einen Tischort. Und dann geht man hier mal hin. Ein Kinderzimmer. Da gefällt mir etwas nicht. Aber ich weiß auch nicht, was wirklich. Ja. Und so. Das habe ich für mein... Meine Black Rainbow gemacht. Also meine Fledermaus. Hier ist mein Zimmer. Ja. Und dann würde ich auch sagen. Das war's von Drop Me. Und ich gehe jetzt von Simon Says. Also... Ne. Ich beende das Video. Ciao Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ihr lasst ein Abo da. Und... Liked das Video da. Bis bald wieder. Bye.